Je nachdem auf welcher Seite man hier raus... Ich weiß es nicht, wieso das so angeschrieben ist. Wir gehen auf jeden Fall links... What the fuck? Was war das? Was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zum nächsten Part von Alien vs. Predator. Wollte ich gerade sagen. Zu Alien Isolation. Hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir sind stehen geblieben. Wie soll ich denn das beschreiben? Wir sind dort durch diese Röhre gegangen. Und dann haben wir unsere Waffenhämer da geleistet. Jetzt haben wir nur noch den Elektroschotter... Äh, Schotter. Elektroschocker. Und was haben wir eigentlich noch dabei? Molotow-Cocktail, EMP-Mine, Plantgranaten. Also wir können auf jeden Fall überleben mit den Sachen. Ist nicht so, dass wir jetzt komplett am Arsch wären. Und, ähm, der gute Samuels, ähm, hat sich im letzten Part herausgestellt, dass das ein Android war. Der hat sich dann geopfert. Der Haupteingang ist versperrt. Irgendwer hat eine Idee, was ich jetzt machen soll. Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Riccardo? Verdammt. Rechts oder links? Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hören. Ist sehr verwirrend, dass der Gang hier auf der rechten Seite oben mit links angeschrieben ist. Und der Gang auf der linken Seite ist mit rechts angeschrieben. Aber das heißt wahrscheinlich dann, dass, äh... Je nachdem, auf welcher Seite man hier raus... Ich weiß es nicht, wieso das so angeschrieben ist. Wir gehen auf jeden Fall links... Links... What the fuck? Was war das? Android? Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich nicht erwischt werden will von dem Ding. Eine Gasmaske. Wie kann ich denn die anziehen? Ich glaube, die zieht die alleine an, oder? Was haben wir hier? Habt ihr das Ding gesehen? Mein! Da ist nichts dran. Ich nehme auf jeden Fall den Elektroschocker. Für den Fall der Fälle. Uh! Alter, ist du behältet. Der erschreckt mich nicht so. Also wenn wir den Typen... Jetzt hier immer noch rumlaufen sehen... Wir müssen ganz hier hinter, ha? Ja, die sind komplett gespiegelt. Okay. Dann wissen wir, dass es ein Android ist, wenn der keine Gasmaske trägt. Ich will irgendwie nicht erwischt werden von dem. Da hinten steht der. Wartet mal. Okay. Das ist ein Android. Das ist ein Android. Guckt. Guckt, guckt, guckt. Hat der mich gesehen? Nee, der hat mich nicht gesehen. Okay. Nein! Scheiße! Komm her, komm her, komm her. Los! Okay. Ich gehe einfach mal hier rein. Nein! Dieser Bastard! Als ob... Ich glaube, ich lege den lieber um. Ich lege den um. Äh, nee. Was mache ich denn? Nein! Mann, ich stelle mich aber auch... Ey, ich schwöre, diese Elektroschocker ist das, was am wenigsten funktioniert hier, habe ich das Gefühl. Komm her. Los! Wieso? Halt! Nee, da ist es eine Treppe, da kommen wir... Nochmal. Los! Oh! Ist das dein blöder Ernst hier? Ey, das nächste Mal bringt der uns um, gell? Oh! Wo kommst du denn hier? Als ob! Hä? Von wo kam der denn hier? Folgen die uns? Ich glaube nicht, oder? Doch. Scheiße. Ich glaube, wir probieren lieber mal die andere Seite. Ist der Wichser. Nein, du weißt nicht, dass ich hier bin. Ey, wir haben nicht mal Waffen, um gegen die zu kämpfen. Oh nein, ich hätte mich nicht bewegen sollen. Das ist sicher, du hast es verstanden. Wir haben euch feindegeben. Und von Indien ist gesetzt. Geh wieder zurück. Komm schon. Du hast eine Arbeit. Mach deine Arbeit weiter. Los, zurück an die Arbeit. Scheiße. Okay. Warten wir noch, bis die Tür zugeht. Jetzt müssen wir erstmal kurz Leben laden. Der hat uns ja fast erledigt hier. Gerade noch mal. Schau mal, was wir losen. Oh, Rohrbombe. Wollen wir die bauen? Komm, die bauen wir. Ich meine, wir finden so viele Sachen unterwegs, dann lohnt es sich, das Zweck auch zu bauen. Scheiße, wir haben keine Munition mehr für unseren Elektroschocker. Gut, ich gehe diesmal... Warte, erstmal... Ne, ich speichere nicht mal wirklich ab, falls wir sterben sollten, weil wir sind ja sowieso hier. Gut, diesmal gehe ich hier lang. Zeig mal auf der Karte. Ja, können wir auch. Das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Die Räume sind genau identisch. Der ist einfach blau hier, okay. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass... Hier auf der Seite auch so ein Typ ist. Wir haben keine Elektroschocker mehr. Mann! Okay, dann... Wirklich hier mit, ne? Ja. Verdammt! Wo ist denn der? Halt mal, wo muss ich lang? Hier ist halt wieder dieser Raum. Was bringt mir das? Da ist der! Sieht der uns? Wollen Sie mehr über Sylvesterpol sicherheitsvollschaften erfahren? Leitender Siegsenangestellter Ransom hier mit einem berichtenden Geschäftsführer. Sie Hundesöhne. Ich war Ihnen treuer gehend. Komm schon. Die geizigen Schweine lassen mich hier im Sturme untergehen. Ja! Ich hätte Ihnen einen einmaligen Pfund bieten können. Ich hätte mein Leben für die... Okay, wir sind durch. Ich hätte einen Spezialtrupp einberufen und den Organismus isolieren können und jeder hätte gekriegt, was er wollte. Aber Apollo hat jegliche Kommunikation abgeschnitten. Keine der Techniker im Apollo können Antworten auf meine Nachrichten. Wir werden Sie alle verrecken, Sie Schweine. Sie haben es alles vergeigt. Sie und die Firma können mich mal in Kreuzweite. Arschlöcher! Komm raus. Ja, der kommt raus. Und jetzt? Soll ich mich verstecken mal kurz? Ich verstecke mich mal kurz. Da kommt der, der Bastard. Ich frage mich, ob die Rohrbomben was bringen bei den Androiden. Aber muss ja fast. Wo ist denn der? Das Problem ist jetzt, wenn er nicht wieder gleich den Weg zurück geht, den er gekommen ist, ist der jetzt mit mir im selben Raum. Aber ich muss ja hier raus. Mal gucken, wir mal in Ruhe. Wir müssen eigentlich nur noch hier rein, rechts und dann nochmal rechts. Ich kann mir mal vorstellen, dass da aber auch nochmal Androiden sind. Der geht gerade zurück. Hat mich nicht gehört. Und wir gehen weiter. Ich verzichte jetzt mal drauf, herauszufinden, was in dem Raum da ist, wo sich der Android befindet. Ich nehme mal an, hier müssen wir dran. Oh, Hacken, okay. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. So, wir sind drin. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Oh, wir können speichern. Ich deppich renne aber auch wie so ein Kranke zu der Speicherkonsole. So, wir haben gespeichert. Was sagt denn unsere gute Map? Wir müssen... Nein. Durchsuchen Sie die rechte Konsole des... Oh, das ist der Computer, an dem wir vorhin waren. Jetzt müssen wir auf beide Seiten. Okay, warte. Hier sind wir noch relativ sicher. Uh. Was? Wenn ich jetzt schnell mache? Nee, keine Chance. Was haben wir hier? Da sind Androiden an der Tür. Ransom ist wie vom Erdboden verschluckt. Es gibt Probleme mit dem Gefahreneindämmungsverstoß. Die Synthetensicherheitsverfahren werden hinten und vorne ignoriert. Kommunikation ist abgeschnitten. Ich dachte, das sei ein Zufall, aber... Ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh, shit. Die kommen rein. Sag zu sein, dass ich sie liebe. Hört der das? Funktioniert das? Scheiße, das habe ich zu spät gewor... Nee, das habe ich gut gemacht. Schnell für den größten Notfall. Ja, geht weiter. Da kommt noch einer, oder? Los! Komm schon. Haben es geschafft. Wart, 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 wart. Wo ist das? Wo ist das? Ist das hier? Ist das hier? Komm schon. Ja. Nein, gesperrt. Wart, ist das richtig gewesen? Wart, ich mach... Durchsuchen Sie die, ähm, linke Konsole des Serverspeichers. Ah. Hab sie! Ist das das gewesen? Ja. Erhalten Sie den Zugangs, ähm, Generator am... Ah, hätten wir rechts oder links... Ah, wir hätten nur rechts oder links gehen müssen. Jetzt! Oh, hab ich mich erschreckt. Kommen wir hier rein? Nee, die ist verschlossen noch. Wart, ich speichere erst mal ab nochmal. So. Kommt einer, oder was? Nee. Wartet, 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 wartet. Was muss ich machen? Zugriff auf den... ...rechten Speicher. Zugriff auf den linken Speicher. Ich muss ja irgendwie reinkommen jetzt, oder? Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube aber nicht, dass ich... Kann auch sein, dass ich diese Röhren muss. Natürlich ärgerlich, wenn die Androiden jetzt wieder da sind. Sind sie aber. Ich probiere es trotzdem jetzt mal. Guck, guck. Hat das nichts gebracht? Doch. Hä? Nein, wegen dem blöden Anzug. Und ich bin fast tot. Äh. Halt. Nein, das bringt wirklich nichts. Okay. Hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Rein, 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 rein. Nein. Mein Gott, ich bringe mich hier fast um. Aber einen konnte ich mit den, mit den, ähm... Da kommt noch einer. Ich dachte, ich habe den erledigt. Wenn er mich hier raus holt, bin ich tot. Ich habe kaum noch Leben. Komm, verpisst euch. Ah, geht wieder zurück. Komm. Ich glaube, die sind weg. Oder gehen wieder zurück. Ja, die gehen einfach in die andere Tür rein jetzt. Nein, ich kann nicht mal Medi-Kids basteln. Und ich bin so gut wie One-Shot eigentlich. Die sind aber nicht hier rein, gell? Ah, da wäre auch einer gewesen zum Verstecken. Vielleicht muss ich jetzt auf den Computer zugreifen. Die kommen jetzt aber sicher irgendwann wieder. So lange darf ich jetzt aber auch nicht brauchen hier. Zeig mal her. Dann muss ich jetzt hier irgendwas machen. Das haben wir schon gemacht. Das kennen wir. Verdammt! Hier wäre so eine Röhre. Doch, die geht jetzt auf. Sehr schön. Perfekt. Ja, ist jetzt aber halt mega blöd. Ich habe absolut keine, ähm, Leben mehr. Was brauchen wir denn noch für ein Medi-Kit? Wir brauchen, ähm... Ah, Impfpistole brauchen wir. Okay. Hat sie auch Androiden. Erstmal speichern wir. Sehr schön. Und jetzt? Erhalten sie über den Zugangsgenerator... Okay. Hä? Hat das was gebracht? Erhalten sie über den Zugangsgenerator am Dom-Terminal-Zugang. Was hat denn der Knopf mir jetzt gebracht dort, den ich gedrückt habe? Oh, das ist das Terminal da hinten vielleicht. Ah, guck mal hier. Da. Als ob! So schnell kann ich das nicht machen, gell? Finden sie einen Weg... Ne, geht nicht. Ähm, finden sie einen Weg, die Sicherheitskapazität zu senken? Dass das halt nicht so lange geht. Ich nehme an, dass wir jetzt in den rechten Raum hoch müssen. Ach nee. Hier, irgendwo hier müssen wir das machen. Haben wir hier irgendwas? Hier haben wir auch noch einen Schalter. Guck mal. Zack. Das sollte reichen. Gucken wir jetzt nochmal. Als ob das... Als ob das... Keine Chance. Nein, 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 nein. Das geht gar nicht. Hat es denn auch mehr von diesen Schaltern hier, oder was? Nein. Das geht überhaupt nicht. Guckt euch das an, wie schnell das geht. Keine Chance. Nein, das kann doch nicht sein. Irgendwas müssen wir noch machen. Wir übersehen... Wir übersehen irgendwas. Oder ich halt, ne? Ähm. Den Knopf habe ich bereits gedrückt. Weiß aber nicht, was der gebracht hat. Ich weiß nicht, ob ich nochmal raus muss. Guck mal, hier oben ist auch wieder so ein Tür. Was ist das denn? Richte die Ventile mit links nach rechts. Hä? Was muss ich denn hier machen? Bestätige mit... E mit Eingabe. Ach, ne, so. Gesperrt. Was habe ich jetzt gemacht? Hätte ich das machen müssen? Zeig mal her. Tatsächlich, hat funktioniert. Oh, ist aber immer noch ganz schön langsam. Äh. Äh, nein. Oh, ich depp. Das da. Das da. Das da. Das da. Und das da. Perfekt. Schön. So. Was passiert jetzt? Wollen wir es nicht überhaupt hin? Ah. Ja. Geht jetzt hier was auf oder irgend sowas? Man weiß ja nicht mal, ob ich das Ding brauche. Ah, erstmal speichern wir. So. Oh, jetzt können wir da reingehen, oder? Oh, jetzt können wir da reden mit dem. Oder mit der. Die kenne ich doch von Alien. Nix wird übersprungen hier. Viel Spaß beim Gucken, Leute. Danach ist Part Feierabend. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif. Euer Nia. Ciao. Ciao. Was zur Hölle? Zwei Tage, nachdem wir los sind? Das kann nicht wahr sein. Wundersöhne. Es ist nicht auf der verdammten Station. Was? Scheiße. ulufe. Los. Die. Untertitelung des ZDF, 2020